hallo und herzlich willkommen hier beim Euro Truck Simulator es wird wieder etwas kälter hier in dem weil es wird Nacht ich sehe es so langsam dass die Sonne immer niedriger kommt die Sonne kommt nicht ohne Grund niedriger denn es wird der Nacht geile Erklärung die beste die ich je hatte und deswegen ist es so dass wir immer wenn wir einen Berg vorbeifahren die Sonne wieder hinten rausguckt und da ist sie schon vor uns seht ihr das so leuchtende Monstrum der Energie des Lebens ja das ist die Sonne meine lieben Freunde ich bin auch ganz schön heiser muss ich sagen ganz schön heiser ja ich mache das wir jetzt mal schon jetzt aus war ich wahrscheinlich gleich wenn ich jetzt auf der 2 bin einen kleinen Screenshot machen werde und zwar am stehen und zwar am stehen die mussten alle stehen bleiben und zwar so 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 also die haben die 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 und weil ihr es unbedingt wollt und so einen grünen Schad ne so ist besser wird den schönen Boot so gehen wir wieder auf die 1 lasst mir den Motor an wisst ihr warum die sich jetzt hier aufregen weil erstens ist fast jetzt Nacht zweitens könnte ich auch jetzt nochmal kurz so ein Screenshot hier aus der Bootkabine machen drittens habe ich die Maus falsch auf meinem Schreibtisch und viertens könnt ihr nicht überholen deshalb machen die hier so einen Aufstand nicht für mich immer mit 69 der Straße rum so und so wir können ruhig noch ein bisschen höher gehen mein Satz für die Autos wird mir gerne 100 Euro und 50 fahren da lauten ihm das doch auch das wird eigentlich auch ein geiles Künchert gewesen aber noch mehr von manches mit Haus das auch machen wir das schnell hier vorne schneller 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 ich glaube das schafft man nicht mehr das sieht schlecht aus das sieht schlecht aus bitte 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 ich halte schon die Screenshot-Taste bereit das sieht auch nicht schlecht aus schon nach 20 Uhr aber das sieht super aus Sonne ist noch da hoffe ich mal äh äh nicht mehr ganz jetzt warnt das so ein blödes Boot im Hintergrund trotzdem ein Screenshot gemacht aber man soll ich dann also das ist wie habe ich so ein screenshot wollte ich machen da bauen sie schön die Berge auf wir sind aber noch in Sörte ankommen mich mal interessieren doch mal gerne interessieren ob ihr diese Ägypten Tour schön findet kann es sein dass ihr die ewige Wüste jetzt nicht gerade so spannend findet gut möglich es kann aber auch gut sein dass ich bald das blanke Gegenteil nämlich mal die Schneemap von dem lieben American Truck Simulator mal reinhauere und euch mal diese präsentiere dann würdet ihr wahrscheinlich auch sehr sehr staunt sein wie diese ausschaut wenn sie sie noch nicht kennt ich verrate mir nicht so viel weiß nur dass ihr gerade sehr viel mir fand kann das Landesinnere wollte ich damit sagen und da weiß ich sofort dass wir gleich in Sörte sind noch eher die dicke Kurve noch ein paar links rechts Kurven und dann sind wir in Sörte naja ist noch an der Tankstelle vorbei aber ich glaube das schaffen wir in 10 Minuten oder in Sörte in Sörte in Sörte wenn ich 150 fahren Söller und da vorne wird die Straße auch wieder breiter das schaut doch gut aus von der Seeschen Hafen seht ihr das auch oder was ist das guck mal blickende Lichter ich fahre mal hier rüber ist das schon sehr da habe ich mir das jetzt viel viel zu nah vorgestellt sind wir jetzt in Sörte? ach du scheiße wir sind ja schon in Sörte na dann gucken wir uns ein bisschen um in Sörte wir müssen da hier auch runterfahren das ist ja mal eine komische Abfahrt wir gucken wir uns doch ein bisschen in Sörte um weil es hier so schönes gibt Vollbremsung nicht so eine Vollbremsung wieder mal über Nacht wieder müssen wir schlafen hier sind schöne alte Häuser erste Aufenthalt in Sörte da guck mal fahr mal hier lang eine schöne Straße sie sehen links die Hochhäuser des Slums und auf der rechten Seite die wohl ergebigen und Mannhändler entdeckt die wohlhabenden Willen bcp gibt es ja bcp bcp ich weiß hier ist eine Garage die habe ich nicht gekauft ich will da aber gern die Fracht mal hier lassen so ne t t e e e jemand rein so so schiss gut da ist es so gut so ich möchte mir gerne auch ein bisschen was anschauen unter anderem was in den ganzen Prozent Dinsen wie das immer ausschaut das sieht nicht viel weniger aus wie in Europa man kann sich einmal kurz da drin umschauen dürfen wir es auf jeden Fall nicht so weit entfernt von unseren Lastwagen Moment mal wir haben hier noch wir haben ja schon was übersehen äh und zwar hier vorne wo der Mannhändler war ist ja gleichzeitig eine Werkstatt gewesen können wir ja gleich mal uns das wirklich nicht reparieren muss ich mir nur irgendwo notieren dass ich das repariert habe nämlich hier hier ist der Mannhändler hier ist eine Werkstatt Eingabe Wachtung die würde uns 10.847 kosten das schreibe ich mir jetzt mal irgendwo her 10.000 847 847 glatt aber eben aber den Gaul achso es wird er hier übernimmt er die Firma also nicht unsere sondern die Privatfirma für die wir gerade arbeiten wenn das so ist dann denke ich mich schon mal bei der Firma und gucken wir mal die Stadt an von der nächste Mal rein dann fahren wir mal oben rum und dann wieder zurück Vollbremsung E ist Vollbremsung einmal Motor ausschalten das ist die beste Vollbremse ich machen kann jetzt aber auch nichts los in der Nacht muss ich sagen damit die europäischen Sachen reinknallen ist immer der Hammer hier drinnen kann man schlafen hier drinnen kann man schlafen das ist ja ganz schön großes Schlafareal ach ne das ist eine Apotheke hier drinnen kann man schlafen hier drinnen kann man schlafen gut zu wissen oder Parkplatz ja muss man zurecht kommen man kommt ja wirklich nur ohne Trailer zu Recht deswegen habe ich den noch abgekoppelt hier kann man ins Hotel fahren drüben ist eine Arbeitsagentur sieht auch nicht anders aus drei mal um schaffen wir es ja aber problemlos da habe ich kurz was im Auge gehabt so eine Arbeitsagentur entdeckt ja da fahren wir mal kurz rein Bäm haben wir das auch freigeschalten mit bei den Euro-Goodies gibt es da was Neues ihr könntest natürlich hier nicht nachgucken was es hier die Angebote sind gerade weil ich seht ihr ja vorne steht der Sache wo ich jetzt drüber fahre nur da steht grad nix ist auch logisch wenn da nix steht weil wir ja grad in einer Fracht sind das sind schöne Häuser ja aber ich glaub die passen hier nicht rein außer sind Slums was ich mir nicht denke oder bitte für umgeben auf jeden Fall aber ich glaube das ist erstmal die einzigste Stadt hier Sörte die nicht so wie Benghazi aufgeputscht ist mit Multimillionärern oder diesmal ein bisschen wie so eine kleine Stadt so eine große Stadt würde ich jetzt sagen wo die Städte in Ägypten auch sehr groß aufgebaut sind da stehen die Hochhäuser am Berg die drei Hochhäuser die uns jetzt links oben an der Kotte angezeigt werden wo kein Weg hinführt so na Benghazi gehts hier lang fangen wir doch auch mal dort lang hier ist ein bisschen mehr los jetzt muss ich ein bisschen mehr aufpassen hier ist eine Fußgängerbrücke wenn wir kurz hier voll ja Beleuchtung macht dass ihr seht was hier ist drüben ist ein Parkplatz gehen wir da hin von hier problemlos kann man hier hin guck hier ägyptische Regeln gibt es hier nicht guck mal jetzt gibt es auch zwei verschiedene Felder ne hier ist das andere Feld bam man muss auch gleich mal freigeschalten keine Ahnung was sie da damals bei der Programmierung konnten wahrscheinlich nur auf ein Programmiertes Feld ein Parkplatz Symbol stellen so wir haben das komplette Teil hier freigeschalten hier kommt nix da auch nix fahren wir mal los und fahren wir mal wieder hier rein und fahren wir in die zweite Straße weil dort sich an einem grauen Fleck hinter uns ist der Hafen so fahren wir jetzt mal kurz vor und vollbremsen fahren wir wieder zurück ne fahren wir durch hier fahren wir auch noch nicht fahren wir hier wieder rein da kommen wir in die große Runde machen wir eine große Runde machen wir eine große Runde das sehen wir auch alles zum gleichen die großen Palmen die hier sind wäre vielleicht ein besserer Augenschmaus wenn ein Tag wäre äh könnte ich auch mal kurz einwerfen hätte ich mal machen können wir haben sie zwar schon 20 Minuten es gibt was er trinkt damit sind extra Ideen um wir verletzten hier rein und ich möchte jetzt mit dem Schlaf und zwar ja im Hotel ich guck mal kurz ob das drin ist noch einmal schlafen warte mal kurz Restzeit 49 Stunden easy peasy wir sind 17 da können wir auch mal schlafen so Mutter aus folgende Taste für eine Ruhepause oder als eiligster Tag ist da bei das lieben Uhr 19 und ja würde ich sagen Licht aus guckt man sich das nochmal bei Tag an man sieht auf jeden Fall viel viel mehr ja als gedacht falls ihr vorne links kann man jetzt auch viel mehr Losgleich am Tag will sich auch viel mehr auf den Verkehr achten und guckt das mal hier ist Regenwald äh 2 guckt euch das mal an ja ja wir haben hier ein Tempomat kann ich einstellen kann mich so schnell und Speedshot machen komm es schön es schön Regenwald und das ist die wirkt man sich aufpassen wechsel mal in Perspektive Perspektive so was ihr da die anderen Häuser ja ich finde ich finde ich finde dass das sehr schön aufgebaut ist hier muss ich sagen die Stadt gefällt mir ja fahr mal jetzt rein holen wir unseren Lastwagen ab zum Trailer und dann geht's ab auf die Piste äh den hab ich hier auf der der Seite abgestimmt drin genau hab ich ja super dort rein manövriert mal sehen ob ich den ja wieder hier rausbekomme aber das stelle ich mir dann erst zur nächsten Aufnahmesession ich drück T 180.000 hab ich nicht mach den Rückwärtsgang raus gehe auf Escape und sage euch es war eine schöne Zeit ist mal wieder eine Aufnahmesession vorbei ich bin Zinik Elstes vom Süd-Eismaradischen Fernsehen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag tschüss bis zur nächsten Folge ETS 2 MSP die Afrika Tour Nordafrika Tour dann Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020